hallo und herzlich willkommen zu magischen stunden zusammen mit dem magischen panda mit dem grünen panda mit lukas und hier wieder zurück bei magiker mit ewigkeit nicht mehr gespielt ich kann es nicht mehr ich kann es nicht mehr also ich kann es ja schon vorher nicht jetzt nur weniger ich suche fast alle ist es ja hast du mal ein bonbon so gehen wir mal weiter schauen wir mal was da kommt nein 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 nicht davon ich will den stab da lassen hässliches großes was kann ich jetzt ich habe eine abwehr auch das kann ich damit der bibliothekstab kann nach vorne ich will aber lieber den anderen wir kämpfen jetzt gegen ein geist was machst du da ich habe es schon schön gewachsen direkt vor seine schnauze ich mach mal ein bisschen steam auf ihn das ist ein dampf wo der hat mich teleportiert der wichser ach nee dann kann man jetzt nicht angreifen wieso hat er so viele augen kommt mir vor wie eine figur aus studio kennst du noch die eine die eine mächtige fusionskarte da gab es irgend so ein fisch mit keine ahnung wie vielen augen richtig das hatte der erste bösewicht aus oh baby gemeinsam geht das aber das ist starb ich darf das kann auch nicht das kann der das kann der halten dämonenarm der macht nichts nein lass meinen auf die mittlere maustaste drücken dann macht es die fähigkeit du hast mich gerade teleportiert kann das sein ich habe aber nicht auf teleportieren gedrückt so war dann muss man transportierisch du hast mich vorhin teleportiert du kannst gegner teleportieren wie alles das der hat sich öfter waren das mache ich jedes mal wenn du mich blitzen willst naja genau wie ging das nun mal stimmt so hahaha so genau haha ich kann noch viele sachen der stein bewegt sich da sind aber ich kann man nicht treffen aber den kann man treffen ich treffe ihn gerade nicht die darfst du nicht mit arkan treffen weil das heilt die ja weil es die monen sind deswegen solltest du mit heilen auf sie gehen aber wenn du mit heilen auf sie gehst dann sollte ich mich erst mal selber erinnern nein das heilt die auch dann solltest du auf keinen fall mit arkan auf sie losgehen und auf keinen fall mit heilen auf sie losgehen akkan geht die machen echt viel schaden und die gehen nur auf mich und die können sich selber heilen ach so die schießen so heilig so ein bisschen dampf unter mintern und schon ist er weg oh verdammt ich habe vergessen dass man so langsam ist wenn man er zauber hat und er hat und woanders hinziehen aritel was war das denn nein das war alle falschen dankeschön Wo bin ich? Keine Ahnung Herr Meister Wo bin ich? Ah ne das war's nicht Ah ich bin da glaub ich grad runtergefallen Du bist aber noch am Leben Ich kann da nicht rumschießen Deswegen muss ich nach oben gehen Da der ist nass der ist nass Blitzdings ihn Ok Halt ich mal Ja ganz ruhig Hä wie kommt man da wieder hoch? Ich glaub wir müssen nach links gehen Ne die Hilfenswert gar nicht Hoppala Wie kommen wir wieder hoch? Hey Ich mach dir grad nach links gehen Ah da ist ein Warte ich stell dich nicht vor mich Vielleicht kann ich die sonst runter teleportieren Untersuchen Sieben von zwölf Ne jetzt muss man da hochkommen Was? Komm ich mach dann erstmal die Ja ihr seid Hey dann hab ich doch grad kaputt gemacht Ja aber dadurch dass du Ah So jetzt materialisieren sie sich langsam Und sie sind alle kaputt Den kriegt man nicht Wo ist er? Und du hast ihn hinter teleportiert Hä wie kommt man da hoch? Ich will auch teleportieren Teleportier mich zu Ok Hat sich erledigt Fast Weiter geht's Da ist ein Speicherpunkt Das sollten wir aktivieren Kontrollpunkt aktiviert So weiter geht's Weiter geht's Verdammt wir gehen nochmal hast So gell? Ja Ja das mach ich öfters Hoppala Hallo Hallo Ungesund Wenn er sich mal materialisieren würde Dann könnte ich ihn auch angreifen Du hast mich erwischt Du hast mich erwischt Oh also Und ich bin kurz Wie ging das nochmal so? Wie ging das nochmal so? Wie A Achso Wie A du bist nass Oh Deshalb Das übergleich war dir das mal Einmal frei Und jetzt wie A Ah Ich danke dir von Ja Von Genau Du bist dem Leben was du noch hast Ja Wow du kannst die Schüsse Äh Abwehren Mit nem Strahl Hey jetzt Du hast mich schon wieder runter teleportiert Kann ich mich auch selber teleportieren Jetzt müssen wir So Ach kleines Viech Komm Mach mir keinen Ärger Aber nicht mehr Keinen Ärger hab ich gesagt Das zieht sich Das zieht sich hin So ein bisschen ja So Lass es trennen Du solltest natürlich auch aufpassen Und Ich bin erst jetzt tot Jetzt kannst du nicht was du willst Ja Wieso bist du erst jetzt tot? Ich hab ja deine Kamerasicht nicht Ich weiß ja nicht wann du stirbst Nein Oh fuck Du solltest natürlich auch treffen Keine Angst ich mach Ja Hoppala Da sind ja noch ein paar Zu weit Yeah Guck mal ich kann pupsen Ich pupse jetzt Warte ich pupse dir gleich ins Gesicht Toll Ich weiß ne Oh da ist wieder so ein großer Pass auf den Ärger ich kenne Ja jetzt hat er sich erst mal Oh Entschuldigung Du hättest mich beinah runter Geschopst Geh Weißt du oder? Gut dass ich es weiß ja Jetzt weiß ich dass ich das nicht mehr mache mit dem Zeugel Oh Ich kann Ich kann Ich kann Dampf mit Blitz vereinen Oh Wie cool ist das denn? Es macht einen Eindruck als könnte es effektiv sein Ja wenn ich ihn erreichen würde So Dampf mit Blitz vereinen Boah Oh ich bin fast tot Hallo Willst du mich wieder erleben? Ja gleich Das wäre Extraordinär Ja Extraordinär So und dann machen wir mal ein Wuuu Hup Ich hab noch bisschen das Problem noch immer mit den Tasten Immer noch Auf Guck mal wie schadend Wieso 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 ist das der falsche? Wieso war das der falsche? Eier Nein ich wollte nicht die trafen Jawohl Fufff Da kommen welche von denen raus. Nicht gut, dass mich erwischt. Das bin ich auch langsam. Das ist echt niedrig. Dieser Dampf mit Blitz ist so wahnsinnig. Dampf? Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Danke. Ja, okay, du hast mich gerettet. Passt schon, hab schon entlebigt. Wir sind ein gutes Team. Ja, Team. So, guck mal, das ist die Arbeit. Wuuu. Wasserpuff. Hoppala. Ja, hau von was geht's gut. Ich belebe dich schon wieder, keine Angst. Du kannst mal einen Start nehmen, wenn du willst. Jetzt haben wir beide, die sind teleport stark. Ha, das ist keine gute Idee. Das geht jetzt wahrscheinlich schief, oder? Hoppala. Der braucht aber ziemlich lange zum Klingeln. Ja, aber scheiß drauf. Da rettet sich teilweise etwas. Will ich das Schwert? Ich hab ne scharfe Klinge, aber ich hab schon ne scharfe Klinge. Jetzt hab ich ein Schild aufgenommen. Ja, den hattest du ja vor schon. Ach so, ach so. Ja, das ist der Schildangriff. So, gehen wir mal weiter. Komm. Ah, so kann ich. Ah, du Wahnsinniger. Kommt mal her, nationalisiert euch. Juhu. Ich spiele jetzt Call of Duty. Call of Duty Magica. Ich mach dich fertig. Der Ruf der Magie. Der Ruf der Magie. Magik of Duty. Nein! Sind beide weg? Sind beide weg? Sind beide weg? Sind sie weg? Sind sie weg? Kann ich wieder aufhören? Was denn? Was denn? Okay, wir sollten aufhören. Das bringt uns beiden nichts Gutes. Gut möglich. Wann geht's eigentlich weiter? Wo geht's eigentlich nicht weiter? Äh, ich hab keinen Plan. Und so geht's eigentlich nicht weiter. Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht wo wir sind, ich weiß... Oh, kannst du mich bitte mal... Ah ne, geht. Was denn? Teleportieren? Ne, jetzt bitte nicht mehr, weil jetzt häng ich mich nicht mehr fest. Okay. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Da geht's weiter! Da geht's weiter! Da geht's weiter! Da geht's weiter! Soll ich dich versuchen zu teleportieren? Nein! Da geht's weiter! Hoffe ich jedenfalls! Na komm schon! Komm her! Ja! Dann geht's da nicht weiter! Da geht's weiter! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Schmalz! Doch! Wir müssen da drauf! Wir müssen da drauf! Wir müssen da drauf! Ich glaub sogar ziemlich schnell! Weil wir sonst runterfallen! Und das ist verloren! Nein! Nicht gut! Verdammt! Ich hätt' dich eigentlich wegzunehmen müssen! Vielleicht hätt's was gebracht! Ich war doch schon tot! Hab' ich dich ja noch erwischt? Vielleicht, vielleicht, man weiß es nie! Naja! Und auf ein neues! Brrrr! Brrrr! Hoppala! Keiner wird uns besiegen können! Servus! Geh weg von mir! 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 Ach schon! Passt schon! Passt schon! Das sind ja noch die kleinen Viecher! Kann es sein, dass wir gerade immer denselben Lieblingszauber haben? Ne, war jetzt bloß gerade zufällig! Ne, war jetzt hier oder zufällig! Und dann kam's schon! Warte, wie kann das machen wir? Ich weiß gar nicht mehr! Ach, so ging das! Hehehehe! Ob das so viel bringt! Nein 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 nein! Bleu! Ne, das ist der! Ne, das ist daneben! gar nicht gut ich mach da her ja Dankeschön oh toll ich kann zu heute schlagen du Viech ich glaub wir sollten gleich mal schnell rüber mit Hass aber ja klar so jetzt drüber du bist noch mal schneller als ich yes, geschafft falls ich das Teil nicht weiter dreht hoppala waren wir hier nicht schon mal? wir waren auf jeden Fall schon mal auf einer Treppe oh danke dir, danke ich hätt' nicht bemerkt, geh weiter ne, danke, danke geh weiter da war ja was und Ende der Treppe sind dann Ende der Treppe angewandt hoppala was macht der hier? die Nordroman Heber wie Bunda Krimril die Wartung 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 ha gelgenskappen ljs was wird mal passieren NEIN Okay, wir gehen noch weiter. Okay, okay. Was? Das ist Grimnia. Wir sind beim End-Boss? Nein. So, wir sind im Ewigen Tier. Wir sind in den Städten. 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 Nach meinem Gusto. Wir sind in den Städten. Wir sind in den Städten. Wir sind in den Städten. Ist das ein Duell? Nicht gut. Was ist jetzt passiert? Wir sind in den Städten. Ich glaube, er spart uns. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich war nass. Ich glaube, dass wir nass gemacht haben. Nein, Leo. Ich hab' nicht ganz klein. So, aber jetzt weißt du, was wir in der nächste Folge alles machen werden. Ohhhh. Mach hier mal auf. Mach hier! Hallo! Ich will die Folge hier beenden, Lukas sagt Tschüss. Achso, Tschüss.